So Leute, da sind wir beim nächsten Opening, Ravnica Remastered, ein komplettes Collector Display, gucken wir mal rein. Wie immer sind diese Displays nicht von meinem Geld gekauft, denn das könnte ich mir nicht leisten. Der gute Liblab1 oder MTG Liblab, wie er auf Instagram heißt, hat mir das hier zugeschickt, damit ich das öffne. Ihr könnt unten in den Kommentaren mal schauen, beziehungsweise in der Videobeschreibung, und mal euch den guten Instagram-Account von dem Mann reinziehen. Es ist super witzig, super cool, was er macht. Das macht wirklich Spaß, da zu followen. Macht das mal, ansonsten einen Card-Market hat der Mann auch. Dann könnt ihr die Karten, die ich hier aufmache, wahrscheinlich käuflich erwerben. Wenn ihr mich anderweitig unterstützen wollt, Video liken, Daumen nach oben da geben, abonnieren, ähnliches. Großartig. Oder was ihr auch machen könnt, ist mir auf Patreon eine monetäre Unterstützung zukommen lassen. Es wird im Februar noch ein paar Änderungen im Patreon geben, deswegen achtet da mal drauf, wenn ihr jetzt ganz manchmal sagt, Oh, Blacky, ich will unbedingt im Talia-Tier dich unterstützen. Aber das Talia-Tier ist aktuell voll. Vielleicht ist das im Februar nicht mehr voll. Achtet da mal drauf. Und ja, wir gucken uns das mal an. Und damit gehen wir mal rein in dieses wunderschöne Display Ravnica Remastered. Ich bin gespannt. Ich habe schon etliche Leute eine Nummer ziehen sehen. Es scheint hier eine Menge, Menge Nummernkarten drin zu geben. Und ich hoffe, dass wir auch eine ziehen. Nummern sind wirklich cool. Und ja, dementsprechend gucken wir mal, ob wir eine Nummer für den guten Fabi ziehen. Da geht das ganze Display auf. Hier gehen die ganzen Booster raus. Die sind dabei eng drin verpackt. Uiuiui. Und die leere Verpackung geht beiseite. So, dann haben wir hier oben, da, damit ihr sehen könnt, da oben, damit ihr sehen könnt, dass wir noch welche übrig haben, diese guten Booster. Und zwar hier mit so einem Pullstrip, Pulltap oder wie auch man das nennt. Ich bin auch dazu, blöde Booster richtig zu öffnen. Dementsprechend gucken wir mal rein. Die Booster sind verkehrt rum. Wie so oft, die sind made in USA, made in Japan. Dementsprechend, ja, falschrum gucken wir uns mal an. Screw the Critics, eine sehr gute Karte. Dann haben wir Judge Family, eine meiner Lieblingskarten tatsächlich. Nicht zuletzt, weil er der Judge Family war. Aber dann, mhm, dann kam's, kommt ein Gate. Celestia gilt, kein, äh, Schockland. Dann hier so ein Enchantment. Das kenne ich auch noch. Dann Condemned in Foil. Old Border Foil, sehr, sehr cool. So viele Old Border hier drin. Dann haben wir Priest of the Forgotten Gods. Die war tatsächlich echt mal viel gespielt. Dann haben wir Illuminous Bracers, auch eine sehr, sehr gute Karte. Dann Life from the Loom. Ui, richtig hübsch. Richtig, richtig hübsch. Und wir haben Lasav in Old Border Foil. Sehr, sehr cool. Ich bin ja, surprise, ein Riesen-Fail von Ravnica. Was einfach daran liegt, dass Ravnica eins der ersten Sets war, mit denen ich spielen durfte. Ähm, wo ich aktiv angefangen hab, auch mit anderen Leuten zu spielen. Und nicht nur daheim in meinem kleinen Freundeskreis. Das war tatsächlich, das, äh, Gilds of Ravnica war das allererste Pre-Release, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Das war, das war cool. Und da sind halt natürlich einige Karten mit drin. Zusätzlich dazu liebe ich es tatsächlich, dass sie hier diese Wasserzeichen reingemacht haben. Das finde ich richtig, richtig cool. Und, ja, Overwhelm, Femigild Mage. Uh, der Shaman. Beim Loaming Shaman hab ich mir jahrelang gedacht, so, hä, der war doch in einem anderen Set drin, weil der sieht überhaupt nicht aus wie aus dem Set. Signets sind ja auch wieder drin. Sehr, sehr cool. Faith Feathers, eine Karte, die ich in meinem Commander-Deck spiele. Is that Charm? Uh, Clouding Raptor, Alt-Border voll. Dann eine, uh, Jeva, Naturous Herald. Die wird tatsächlich viel gespielt. Flash, grüne Kreaturen haben Flash. Sehr, sehr coole Karte, sehr wichtige Karte. Dann haben wir Copy Enchantment. Wisst ihr, was es macht? Richtig, es ist Copy der Enchantments. So, und dann haben wir, uh, Aurelia Exemplar of Justice. Die habe ich tatsächlich beim Battle-Bären, als wir bei denen waren und, äh, so ein bisschen den Release von Ravnica Remastered gefallen haben, im Draft, im ersten Pack gezogen und hab natürlich dann Bowers gedraftet. Sehr, sehr starke Karte. Wirklich auch eine coole Karte. Und Sphinx's Revelation in Old Border Foil. Die Karte war im Standard richtig gut und auch echt teuer. 4-4 Rino und Endless Bird. Und Sphinx's Revelation hier in Old Border Foil zu sehen, macht mich natürlich sehr glücklich. Auch wenn ich glaube, dass die Karte nicht mehr so viel wert ist. So, jetzt geht's so ein bisschen drum. Wir spicen das Ganze ein bisschen ab. Wir sind jetzt schon, ja, ein paar Minuten im Video. Wir wissen jetzt, wie die Booster aussehen, was wir machen können. Ich mach mal so einen Müllhaufen hinter mir. Manchmal bin ich echt glücklich, dass ihr hinter mir nicht seht, was da alles für ein Müll liegt. So. Krenkos Command. Liebfong. Is it Charm? Auch eine gute Karte immer noch. Spengans. Uh, Aristokrat. Die ist sogar was wert. In Foil. Nice. Uh, Steam Vans. In Foil Shockland. Sehr cool. Dann haben wir den Grazer. Der wird auch viel gekauft, tatsächlich in Old Border. Uh, Sphere of Safety. Sehr, sehr cool. Mit der kann man sich ganz gut verteidigen gegen üble, üble Gegner. Raktos Gingel. Ich dachte gerade, oh. Old Border Länder kriegen mich in diesem Set einfach jedes Mal, dass mich erschreit. Heike. Hallo. Liliana, Dreadhought, General. Sechs Mana, sechs Marken. So eine gute Zombie-Karte. Oh mein Gott. Aber. Die Qualität ist jammer. Also, wir haben ja die europäischen Booster gehabt. Nee, muss ich sagen, die Qualität hat mir echt gut gefallen. Aber die hier. Hm. Hm. Ja, die japanische Qualität nimmt wohl auch ab. Überall Sparhaaren. Dann Karns Bastion. Ein, uh, Overground Tomb. Für Schockland, Grün-Schwarz. Und eine Steam Vans. Wow. Wir haben einfach drei Schockländer in diesem Ding gehabt. Einmal in, 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 in Foil. Einmal in hier Anime Artwork oder Extended Artwork oder Full Art oder was auch immer. Dann hier nochmal in Full Art. Drei Schockländer in einem Booster. Das war ganz gut. Das kann so weitergehen, bitte. Das kann wirklich so weitergehen. Ich weiß gar nicht, was die Wahrscheinlichkeit ist, hier Schockländer rauszuziehen. Wahrscheinlich gar nicht mal so hoch. Denn sie sind ja Rare. Und im Rare-Slot sind halt echt eine Menge Karten drin. Total Lost. Grüße gehen raus an Herumkommandiert. Whisper Agent. Dann Convoke. Beetle. Uh, uh. Der Pegasus. Sehr, sehr coole Karte. Sprite. Und Moldovan Cloak. Den hab ich sogar im Standard mal gespielt. Das war es im Prelease. Dann haben wir ein Guildgate. Kein Schockland. Ein Guildgate. Noch ein Guildgate. Kein Schockland. Ein Guildgate. Uh, Rhythm of the Wild. Die war vor dem Reprint, glaub ich, 5 Euro schwer. Ich weiß nicht, ob die immer noch teuer ist. Aber es ist eine saustarke, gute Commander-Karte. Uh, Utopia Sprawl in Old Border Foil. Utopia Sprawl ist ja runtergegangen, nachdem sie jetzt auch einen Reprint in dem Eldraine bekommen hat. Aber in Old Border Foil gibt's da bestimmt ein paar Leute, die es haben wollen. Ja. Bedeck und Basils. Nochmal das Steamvance in Old Border. Das ist, also Steamvance, hier kann man theoretisch schon fast ein Phoenix Deck rausbauen. Man hat die kompletten, teuersten Cuts schon. Steamvance. Dann, uh, Utavada Hellkeit. Ist ein sehr, sehr starker Drache. Wusste ich gar nicht, dass er auch so ein Anime-Artwork bekommen hat. Echt hübsch. Und Supreme Verdict Old Border Foil. Hätte ich mir jetzt nicht neulich tatsächlich einen Full Art Voll gekauft, würde ich den wahrscheinlich nehmen. Äh, und würde den guten Lip Lab fragen, ob ich den auf Card Market abkaufen darf. Weil das passiert auch hin und wieder mal, wenn ich hier Booster öffne, dass ich auch mal hingehe und sage, hm, die würde ich gerne haben. So wäre es zum Beispiel mit einem Cyclin Rift in Anime-Artwork Foil. Die würde ich gerne haben. Und wahrscheinlich dann auch behalten. So. Tin Street Dodger. Sehr, sehr gute Karte im Draft, by the way. Uh, der Mauler. Den hat ein Kollege von mir aus der Deutschen Meisterschaft gespielt, damals noch. Das war auch gut. Und nochmal in Utopia Sports. So viel Utopia Sports. Uh, Mayhem Devil. Auch hier für, äh, Pioneer. Hat mich jetzt schon mehrfach ein Pioneer kaputt gemacht, dieses Deck. Reactors Sacrifice. Sau starkes Deck. Signet. Totally lost. Und. Bitter Manda. Uh, uh. Foil Grazer. Hier ist kein... Guildgate drin gewesen. Verwirrend. Uh, mit Six Mastery. Das war mal eine richtig teure Karte. Ich weiß nicht, wie teuer sie jetzt ist, aber sie war mal richtig teuer. Raktors. Lord of the Riots. Sehr, sehr gute Karte tatsächlich. Habe ich auch schon im Commander hingespielt. Dann haben wir einen Hellkite Tyrant. Auch der mit einem Anime-Artwork. So viele Drachen in diesem Set mit Anime-Artwork. Oh mein Gott. Und. Cards of Calling in Old Border Foil. Nachdem es genau diese Karte in Old Border Foil für Pre-Release-Teilnehmer gab. Ja. Über den Inhalt dieser Booster. Über das Set, was ich davon halte. Also für mich ist das ein totaler Nostalgie-Flash. Ich habe jedes dieser Sets, die Original-Sets gespielt. Ich habe in jedem dieser Sets tatsächlich Geld versenkt und Spaß gehabt. Sogar in Dragon's Maze. Und ich muss sagen, für mich ist es halt ein purer Nostalgie-Faktor, diese Karten aufzumachen. Last Gaps zum Beispiel auch im Standard gespielt. Rosalke hat es tatsächlich auch. Rift of Fantasy habe ich ganz, ganz lange sogar versucht, im Legacy zu spielen. Was halt für drei Mana und Tutor ist, dass man drei Mana-Karte raussucht. Super, super interessant. Und ja, dementsprechend für mich ist das ein purer Nostalgie-Trip, weil ich diese ganzen Karten ja alle kenne. Jetzt muss man aber dabei sagen, diese ganzen Karten, die man kennt, die wurden auch schon zigtausend Mal gereprintet. Auch die Shocklands, die ich so hart feiere, sind halt auch zigtausend Mal gereprintet. Und deshalb auch nicht mehr so viel wert. Die mir geht, geht. Und ja, dementsprechend, hier die Karten, weiß ich ganz genau, die kosten halt keine zwei Cent. Und das ist halt, uh, Sphinx Relation. Das sind halt so Hitter, wo ich sage, die erinnern mich an früher, aber die kosten halt auch nichts. Ralf Zarek, Full Art, Mythic, wahrscheinlich vier Euro wert, maximal, wenn überhaupt. Aber es ist ein cooler Planeswalker, macht tatsächlich Spaß, den zu spielen. Und Protein Hulk in Anime Artwork Foil, diese komische Kröte. Oh mein Gott, sie sieht komisch aus. Bei dem habe ich tatsächlich vergessen, dass der aus Ravnica wirklich kam. Dementsprechend, ja, Protein Hulk, ganz, ganz coole Karte. Habe ich im Commander gespielt mit Flash, als es noch legal war, das so zu spielen. Ich war einer von diesen Kids. So. Gucken wir mal an. Judgment. Ja, und dadurch, dass sie halt tausendmal reprintet sind, selbst diese Karten, die man unendlich oft im Deck haben kann, sind halt einfach nicht so wirklich viel wert. Weil, naja, sie sind halt jetzt zum zigtausendsten Mal reprintet. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, so viel Prytify. Eine meiner Lieblingsremovals bis Abrupt Decay kam. Super starke Karte damals gewesen. Gate. Noch ein Guild Gate. Shaman. Uh, Fassik. Das ist die meistgekaufte Karte aus dem Set. Das dürft ihr schon alles sagen, oder? Dann. Ghost Away. Die habe ich tatsächlich in einem Commander-Deck gespielt mit Allies, um die ganzen ETBs wieder zu triggern. Arclight Phoenix. Da haben wir schon mal den ersten Phoenix für das Arclight Phoenix-Pionier-Deck hier. Massacre Girl. Auch eine sehr, sehr, sehr häufig verkaufte Karte, weil sie ist wirklich hübsch. Das ist wirklich, wirklich hübsch. Muss man was sagen. Und? Mein Herz ist gerade ganz, ganz, ganz hart in die Hose gerutscht. Als ich Old Border Text Line Temple Garden gesehen habe, aber es ist keine Nummer. Da sind wir ganz knapp an 1.500 Euro vorbeigeschraubt. Kann man mal machen. So, gucken wir mal weiter. Vielleicht ziehen wir noch eine Nummer, aber ich glaube nicht. Ich glaube, du kannst nur einen Old Border Shock pro Display ziehen. Sonst, sonst, ja. Wobei, Old Border Vollshocks hatten wir jetzt nicht gerade eben auch schon eins? Hatten wir eigentlich Steam Man? Ne, die waren nur ein Ding. Gehen wir mal so rum drum. Spark Double, richtig gut. Noch ein Hellkite, ein Utawara, ein Sky Hussar. Nackromöbe, sehr cool. Finde ich schade, dass sie kein Graveding hat. Und der Rest. Genau, denn wir sind jetzt schon fast, boah, über 15 Minuten im Video. Da können wir mal ein bisschen upspacen. Ich weiß, ich versuche mal so 20 Minuten zu machen, maximal für euch. Und ich sehe schon einen Birds of Paradise. Sehr hübsche Karte. Tomic. Manchmal cool im Deffen Texas gewesen. Pithy Needle in Old Border. Es gibt hier jetzt ein Old Border Foil. Das heißt, ich muss mir die in Old Border Foil kaufen. Dann Aristokrat, Screw of the Critics. Und ein paar coole Karten. Quench. Hier gibt es noch ein paar lustige Ups und Downshifts, die ich noch nicht ganz so thematisiert habe. Es gibt ein paar Karten, die hier tatsächlich von Rare of Mythic hochgeschuft wurden. Gleichzeitig aber auch einige, die von Rare of Uncum runtergestuft wurden. Dementsprechend cool. Tidespawned Tyrant. Safra. Eine meiner absoluten Lieblingskarten aus dem Original Raphne-Kassett. Mit einem richtig schönen Artwork. Nymphmizard Reborn. Assemble the Legion. Lightning Helix. Jetzt vielleicht Pioneer-egal. Experiment 1, Guildgate, Skyhousers und Kram. Dieser Kram kann teilweise auch richtig cool sein. Aber in Collector Booster finde ich es immer noch so unnötig, da so viele Ankams und Kams reinzumachen. Einfach nur, damit es 15 Karten sind. Man könnte Collector Booster einfach sagen, okay, man macht 8 Karten, coole Karten, oder? Protein Hike schon wieder. Watery Grave. Shockland. Aurelia. Gute Karte. Pulse of Research. Und Kram. So, letztes Booster. Für das letzte Booster. Gehen wir nochmal richtig rum. Um uns das anzugucken, damit man mir nicht nachsagen kann, du hast alles nur noch abgespeedet, weil du keine Lust mehr hast. Doch, es macht unendlich viel Bock, so ein komplettes Display aufzureißen. Und ja, gucken wir uns das mal an. Wild Cantor wird im Legacy gespielt. Sehr gute Karte. Sua Shambla. Rising Populance. Auch sehr gute Karte tatsächlich im Ding gewesen. Galvore Courage habe ich im Standard gespielt. Den hatte ich in einem meiner ersten Decks drin, weil er Kreaturen aus dem Friedhof wiederholen kann. Was wirklich stark war damals. Ja. Lightning. Dann Crackling Drake. War damals richtig gut, weil er hat auch im Exile die Karten, die man out macht. Azorius Signet in Voll. Shambling Vans. Wieder eine Menge an Kams und Kams da drin. Geld, Geld. Geld, Geld. Hätte ein Schock sein können. Müll. Weil solche Karte. Dann, uh, Boborikmus. Sehr, sehr. Auch eine sehr coole Karte. Dann Steam Vans. Vier Steam Vans. Einmal ein Playset Steam Vans in dem Ding. Dreheter. Wow. Und jetzt ein Ackleid Phoenix. Uh. Deathrite, Shaman, Old Butterfall. Grüße gehen raus an Frickle von magicblocks.de. Ich fühle mit dir. Ich fühle so hart mit dir, wie sehr du diese Karte spielen möchtest. Oh mein Gott. Eine der stärksten Karten im Legacy-Geband. Eine der stärksten Karten aller Zeiten meiner Meinung nach. Ein-Manner-Playswalker. Heilige Kacke. Also er ist kein Playswalker. Er ist eine Kreatur. Aber man hat ihn als einen meiner Playswalker bezeichnet. Er war eine der besten Karten. Oh, ist schon hübsch. Er ist schon hübsch. Gut. Das war dein komplettes Collector-Display. Vielen Dank nochmal, dass ich das öffnen durfte. Wie gesagt, schaut mal beim lieben Fabi vorbei. Guckt mal, was er so im Angebot hat. Vielleicht findet ihr eine oder andere Karte, die ich hier geöffnet habe, auch wieder. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blexit. Ciao, ciao.